Norddeutscher Rundfunk Und wir möchten gerne eine kleine Spende schenken für die Jugendfeuerwehr. Das ist nur Anfang dieses Jahr. Also soll ich ihr entgegennehmen? Vielen Dank. Danken wir uns jemals. Ich danke Ihnen auch. Sie haben also gute Arbeit geleistet. Also freut uns. Und wir brauchen diese Jungs und wir möchten weiter jedes Jahr Spende bei euch geben. Das freut uns auch. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Bitte. Sehr schön. Die Feuerwehr sind gegenwärtig wie viele? In Elsterwarrer? Ausgekommen. Das Wasser ist viel. Man muss die Hälfte sein. Hier oben hat es den Beton auseinandergedrückt durch das Stahlgerüst, was gearbeitet hat. Man kam dort sogar ins Wasser rausgelaufen, was wir hier reingepumpt haben. Was ist das gewesen? So Feuer? 10 Mal nur. 6 nach 10 Mal auch noch. Wenn der Feuerwehr jetzt von da gekommen ist, die ganze Hitze. Dann muss er auch die Weitem schon verbrennt haben. So hier ist ja alles weg. Richtig. Hier in dem Ecke ist ja alles komplett weg. Das machen wir doch. Das machen wir noch vor Ostern. Bitte geben Sie mal eine Liste. Das verteilen wir natürlich. Weil ich dachte, die kommen dann auch mit. Aber machen wir dann so. Das war doch die neue Odipo, oder? Ja natürlich. Das war ja. Exakt noch mal größer. Das kann man natürlich machen. Die Lackschöne. Ja. Ja. Jeder hat ein Musikchen. Wir versuchen nur, dass es zufrieden ist. Das war ja immer was erheblich. Das war ja immer was erheblich.